Hallöchen Leute, ich bin Pio Mark und herzlich willkommen zurück zu Uncharted 2 Among Vives. Ja, so, wir sind in Borneo, haben gerade die Sprengladungen schon aufgemacht, genau, und können jetzt mal schauen, wie es weitergeht, wenn ich mal behaupten, ja, dass wir das als nächstes machen werden. Juhu, so, was hab ich für Waffen? Ah ja. Du Leber, Mann. Was für ein Tsunami-Spülschiff. So weit ein Land. Äh, was für ein Schiff nochmal? Uh, Papagern. So. Apropos Lea, da sind aber ein paar Holz... Stämme, wo ich mich verstecken kann. Nö, okay, gut. Dann sind die vielleicht Schätze. Was sagst du? Äh, sagt er. Na, okay, ja. War nicht so sicher, ob da Schätze sind. Okay, na gut, dann gehen wir halt weiter, wenn hier absolut gar nichts ist, also da waren ja ein paar Gegner. Oh, das verdammte Ding geht ständig kaputt. Los, reparieren wir es, damit wir hier rauskommen. Sie sind nicht bewaffnet. Oh, den Untertitel? Ich weiß nicht, Sal, vielleicht... Oh, Quicktime Event. Wann, ich muss gleich zusammenschlagen. Wiederholt wirkt. Okay, passt, mache ich. Nichts. Aha, okay. Okay. Nur DREIK, wenn der mich schlagen will. Okay. Habt ihr etwas Hilfe gebraucht? Hey, hat doch prima geklappt! Da kommt noch einer für dich. Sully? Ok, dann geht das anders nicht mehr mit den DREIK, hast du das Gefühl? rum das steht dann natürlich wenn ich so nach oben vor ihm wohl sagt da und dann und gegner schwinds herum dann habe ich meine waffe wiederholen hier haben schon die wollen gesehen glaube ich muss den generat anwerfen ok muss eine kleine arena was so gut wo sind wir hergekommen von dort toll aber egal mit sohle ist er noch da oder alle waffen natürlich verloren ok alle waffen verloren ok na gut das macht natürlich sinn starte ich rein muss ein bisschen fastkampf machen und dann schon bin ich waffenlos auf einmal das geht gar nicht gut los für meinen geschmack aber gut kombos und dann bereit wenn er mich angreifen will ok 4 die ausgrabungsstätte das ist der was ich hoffe auf diese ausgaben städte zu finden eine pistole oder einem vier das geht natürlich auch so stimmt eine spannung platziert können wir jederzeit sind dann wenn wir wollen ausblende action ja alles klar warte warte nur eine sekunde drei monate ohne fund ja ja im moment mal aber wir haben doch das muss lasarewitsch sein dieser mann hat artefakte anstandort 5 gestohlen dafür hast du mich betrogen nein nein soran ich kann es erklären ich bin umgeben von betrügern und idioten sollen wir ihm den tag mal richtig versauen jetzt bist du dran ich stecke dich von hier das ist das ziel los heimlich angriff so zur sicherheit er zahlt nicht genug für diesen mist kann ich ach was macht er da immer er kann doch irgendwie von da egal soll er deckt mich hier also kein problem so und da hinten ist niemand da hinten ist niemand meine so soll er macht schon bum bumm ja da ist schon einer top macht er kann sich nicht aus irgendwie jetzt kann er sich überhaupt nicht mehr aus mit einem lachen kopf da will ich mich aber auch nicht auskennen so also alles gut die vier da war da war da war oder firma hallo ist da jemand da war wieder firma moni und so ok also dieser lazarewitsch fackelt nicht langs ali das müsstest du echt sehen er hat aufzeichnungen zu jeder expedition nach shambala bis ins siebzehnte jahrhundert und marco polos tagebücher die sind hier aber beeil dich du hast nicht viel zeit ja 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 ein würdiger pilger bekommt den goldenen schlüssel um damit den weg nach shambala zu meistern und was soll das heißen keine ahnung warte mal hier ist was mit schwerem herzen überließ ich meine mitstreiter ihrem schicksal das uns die grausame fracht auferlegte die fracht aus shambala sie hielten den tsunami wohl für eine gerechte strafe gottes warte mal kurz mist sally der chintamani stein ist nicht hier was hör dir das an eher hätte ich kubla khan's zorn ertragen als den chintamani stein aus dem heiligen schrein zu entfernen marco polo hatte den stein gar nicht und was war dann die grausame frage ich weiß nicht wenn der stein nicht hier ist wonach sucht lazarewitsch am schambala hier in barneo da ist er weit dran vom schoss oder er versucht bestimmt marco polos route zurück zu verfolgen und zwar nach shambala warum marco polos leute auf diesen berg chloe kannst du zu uns kommen ich bin schon auf dem weg gut oh oh nein du musst da raus noch eine minute sally du hast aber keine schweiz sie sind tot oh Mist bleib unten ich gebe ihr deckung hier 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 auswärmen nice habt ihr schon aufgesammelt yes so jetzt l2 beimal ok das war glaube ich ja der 1 2 zu werfen halten sie l2 gedrückt also ist das nicht zielen auch l2 gedrückt und l2 gedrückt und l1 hey was ist das für eine schasse ok doppelter sprenger gleich obwohl aha ok das wird geschwächt pass in schweig hinter andre Oh, zum Glück versteckt er sich beim Nachladen jetzt immer. Apropos daraus, die Jagen, gute Idee. Ah ja. Ich werde heute zu nahe kommen. Genau. Okay, na. Der ist schon zu nahe, der Typ. Ja. So nach Granaten? Ja, bitte. Hallo. Ah. Okay, scheiße. Da hat er mich auch erwischt. So ist der muss. So. Ja, genau. Aber okay. Da ist er schon. Rechts. Rechts. Da habe ich ja schon mal. Oder? Okay, noch was? Ah, hier rechts. Okay. Okay. Ah, warten wir kurz nach. Okay, nachletta. Teraffs, da. Es ist halt in Ruhe. Okay, perfekt. Ich habe es so gekillt, so. Ich komme nicht. Ah. da oben steht danach ist klar dass ich so ein guter schütze bin wow da sind jetzt mehr viele musste nicht das ja lassen den anderen auch erwischt du hast du aber auch nicht okay er hat um die luft ja etwas lassen für meinen raum aber erst weiter wenn man kurze bedenken zeit hätte tun wir die luft jagen ist da noch einer ähm was hi sorry dass ich in so einen spannenden moment kurz weg musste aber es war dringend und ich während der action reifste action szene habe ich allein gelassen das war natürlich meine absicht ich weiß gar nicht wo ich bin nachher hier dann wollte ich hier jetzt das erreicht nicht aha aha ja sehr gut weiter geht ich werde gut hehehe jetzt erst mal die absammeln ich war ihm aber noch nicht ich war ihm aber was sehr gut jetzt will moni sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut ähm während ja ok passt 3 kann ich dann wo für abbrechen kann ich dann darin noch mehr granaten holen yes perfekt draußen liegt jetzt eine schrottflinte rum mhm ok ok not sure about this one so perfekt puh gut ah ok das ist ja schon weiter gegangen und wie es jetzt sowas wie will ist hier wahrscheinlich irgendwann schatz und ich finde ihn nicht nicht genau um ja 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 so so was er will kann ich hier na ich dachte ich muss hier so rüber gehen ach ja ja Musiker ok das hat nur im ersten Versuch irgendwie nicht geklappt das ist irgendwie so hier entlang hier entlang soll ich los völlig und nicht den ganzen Tag Zeit Drop und cut scene oder nicht einfach nur weiter mhm 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 ach ja so das sind doch schon ruine gals sieh dir die steine an jetzt läuft die sache da sind wir was auf der Spur zum Beispiel diesem Schatz hier nein nichts mal darauf denke hm hm muss doch irgendwann schatz sein kommen hm hm seht euch das mal an oh ja hey 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 warum haum was haben wir denn da mit etwas Glück wohnen hier Marco Polos Männer ja sollen wir reingehen so ich blende mich da nicht aus bei diesen in-game cut scenes da weil weil vielleicht kommt ein quick time event oder irgendwas und ich muss drücken und habe ich die ganze Zeit meine Finger auf und das muss tausende Jahre alt sein mindestens ein Finger auf der Tastatur damit ich mich ausblenden kann und dann muss ich aber ein quick time event machen und dann schläbe ich und dann ja ja wir müssen hier runter hier runter wiii wow wir haben einen Volltreffer gelandet oh das müssen Jahrhunderte Leichen sein schau dir die Zähne an alle schwarz verdammt die sind alle sau sie haben hier wohl Zuflucht vor dem Tsunami gesucht wir hätten mal runterspringen direkt im Sprung in die Taschenlampe eingeschaltet so hier muss irgendwo ein Hinweis sein ja oder ein Schatz oder nicht das kann doch nicht sein dass da nix im Schatz liegt ne aber das wird ja glitzern also müsste ich es eigentlich sehen wenn ich mich einfach nur umschau aber es ist nichts nicht mal hier bei diesen tollen Statuen hier ach ach nicht der Schatz nachdem ich besucht habe da liegt ein cooler Sterne was aber das ist kein Schatz ach schön wieder hart das habe ich schon mal gesehen da können wir jetzt hier angemalte Wände suchen das ist Blut es ist überall es ist überall wir gab es halt was Herr Karls ok finden wir heraus wo dieser Blutspur hinführt wo ist Blut auch hier oh da ist der Blut auch ja ok na gut hier hier direkt tjaaah hier hin stopp ich weiß nicht was die von mir wollen achso cool ja dann gehen wir ein bisschen hier links sie endet an dieser Wand ja seltsam auch das wollte er nicht da bewegt sich was Sully hilf mir und ich muss sogar gar nicht direkt drücken kein Problem wir wollen uns in den Schatz hier lebt die mit die Spur führt hier rein wie schrecklich sag mal spinn ich oder haben sie sich gegenseitig umgebracht ach was ne das ist die Schauergeschichte hm dann schauen wir mal wo überall hin falls da was dann sollte das aber anscheinend nicht der Fall ist komisch ach ja ich kann mir ganz noch nicht ausblenden seht doch nur was haben wir denn hier was haben wir denn hier vorsicht ach allmächtiger war nur Spaß Nate deinetwegen krieg ich noch einen Herzinfarkt oh Mann was ist das denn für ein Ding ist das so eine Art Waffe nein nein das ist ein vorbar ein Ritualobjekt aus Tibet damit meistert man Hindernisse du weißt schon spirituelle Moment mal ist das das was Marco Polo erwähnt hat ich habe keine Ahnung wovon du redest in seinem Tagebuch schreibt er dass der dass der würdige Pilger einen goldenen Schlüssel erhält um alle Hindernisse zu meistern auf dem Weg nach Shambhala na und ist er das gut das ist ja sehr interessant aber wofür ist das ein Schlüssel vielleicht kann uns diese Karte ja helfen zeig doch mal her wofür 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 geheimen Weg nach Shambhala und dieser Weg öffnet sich nur dem Pilger der den goldenen Schlüssel mit sich führt ok gute Arbeit Kleiner also worauf warten wir verschwinden wir hier ok bis dann auf geht's bis dann Herr Shambhala so ähm auf geht's yeah ja sonst habe ich keine Schätze die ich übersehe dann bin ich dabei ich sorge dafür dass die Luft rein ist ok das sollte ich vielleicht doch so schnell machen dann los ja ja fast wieder richtig schnell ja hilf mir mal Nate oh verdammt mach mal komm Harry hier drin das ist Drake was zur Hölle los Hände hoch hast ja echt Glück sei still Sully war ja klar dass du kommst und du Victor verdammt Sullivan ziehst du immer noch den alten Knacker mit durch ruhig Nate ziemlich frech für ein Kerl der die letzten drei Monate im Knast gesessen hat besser als drei Wochen ahnungslos durch den Dschungel zu irren ich hab die Schiffe gefunden ach du brauchst sogar fremde Hilfe um deinen Hintern zu führen und ne Karte sie kamen von da unten wow Harry schau doch mal Apropos Karte zwischen Indien und Tibet birgt ein Tempel den geheimen Weg nach Shambhala Mann Flynn das dauert ja ewig ach komm sei kein Spielverderber bring sie zu Lazarewitsch du wirst wohl besser im Knast geblieben los na los Bewegung Mist alles okay ja so sieht's eben glaubwürdiger aus ich verschaffe dir jetzt ein bisschen Zeit Chloe du musst mit uns kommen wir sehen uns in Nepal los lauft auf geht's ich mag sie ja genau dein Typ oh ja so dann sie haben uns entdeckt okay dann weiter einfach weg uuuuuh was im Weg ok das haben wir so lange irgendwie ich sterb gleich glaube ich hallo wie lange muss ich denn da kämpfen hallo äh ja 3 natürlich na bitte das trott was ist das was ist das nicht danke für die Warnung halt auf in den Mist und komm hier hoch los ja ich hab mich schwierig war schon längst tot beziehungsweise wegen ne andre Schwierkeitsstufe hält die nicht so lahm ist er rupt dann die ganze Zeit Gala oh Mist was machen wir jetzt wir springen oh Moment mal Sundance Bist du noch ganz sauber? Wir brechen uns den Hals. Ja, wenn sie uns kriegen, bricht den Lazarewitsch für uns. Ich bin zu alt für diesen Scheiß. Ach was, fang ich schon wieder damit an? Ich hab nicht so viel Glück wie du. Typen wie ich sollten einfach wissen, wann Schluss ist. Sully, wir kommen hier schon raus, okay? Wie immer. Du griffst deine Süße in Nepal. Ich leg mich an den Strand. Jetzt komm. Hey, erzähl mir alles, wenn du zurück bist. Da sind sie! Oh Mist. Wollen wir? Nach dir, Butch. Wir sehen uns in der Hölle. Juhu! Oh Scheiße! Mist. Du hattest recht, Lazarewitsch ist uns einen Schritt voraus. Die Guerillas haben ihm geholfen. Die Stadt steht schon seit Jahren kurz vor den Bürgern. Er musste nur ein bisschen Öl zufeuern schließen. Wie nett. Und in dem Chaos kann er gemütlich die Stadt zerstören, um den richtigen Kämpfen zu finden. Nate? Hallo? Ja, ich bin noch da. Hast du's dir etwa anders überlegt? Wär ich? Niemals. Gut. Wenn ich will es diesem Schwein zeigen. Hast du eine Karte? Äh, ja. Wir treffen uns am alten Markt. Da ist uns etwas ruhiger. Okay, alles klar. Ich will Besuch. Na toll. Kannst du die aufhinken? Ich glaube, dafür ist es jetzt zu spät. Nate? Alles in Ordnung? Ging schon besser. Mist. Ah, nein. Also, Kampf. Okay. So. So kann ich herinnen. Und da wähle ich zwei. Und im Laden zu schließen. Okay. Also, nicht wo hinschießen sollen, aber. Das Ding wird schon irgendwann in die Luft fliegen, wenn ich weiter so mache. Oder so. So, hol ich mal kurz aus. So, dann geht mein Schatz fest. Style. Okay, hier habe ich keine Money mehr. Gut, gut, gut. Hier ist sogar noch ein Schatz. Ich denke, da gehe. Nö. Ist er lahm. So. Ist hier lahm. Okay. Der alte Markt. Der muss da sein. Such den. Mist. Los, los, los. Oh, er ist hier irgendwo. Nun, wie ich hier irgendwo bin. Okay. Hier kämpft ihr dabei, ja. Ich muss mal schätzen, umschauen. Nein, okay. Los geht's. Na, okay. Den der Lasse erledigen, falls das irgendwie geht. Und dann schaut er ganze Zeit. Oh, nein. Oh, nein. So, ja. Ein paar Leute den ganzen Tag gegen den Reffen. Gute, bitte. Man hätte einen Headshot machen, perfekt, aber sonst glaubt er nicht. Oh, oh, vielleicht nicht. So passiert sowas eigentlich immer nie. Drei. So. Okay. Jetzt muss ich nur noch Chloe finden. Yep. Erstmal Money her. So. Achso, hier. Äh, kurz oder lang, um die Gasmaschine zu werfen, um sich fallen zu lassen. Ah, okay, okay. Werfen stand automatisch. Okay. Okay. Verstehe, verstehe. Mal wie das ausschaut. Okay. Ganz lustig. So. Hier ein Schatz. Hier ist doch der perfekte Ort für einen Schatz. Wir haben ewig keinen Schatz mehr gefunden. Und hier gibt's drei oder... Sogar dreimal so viele wie bei Tal Arndt. Also... Irgendwas mach ich falsch. Naja, ich sollte mal so spielen, dass ich... Weil die Schätze tun mir, glaube ich, nix zur Sache ist, als wenn man irgendwelche Boni freischellt... Schellt... Darum... Eigentlich einfach das Spiel, einfach das Spiel. Und wenn ich... Sterbe, ist auch okay. Wenn ich zufällig ein Dings bin. Da geh ich wohl besser nicht lang. Ähm... Okay, da war auch nicht. Wenn ich zufällig Schätze finde, dann... Nehme ich mir die halt mit. Kann ich irgendwo auf... Oder so. Ich hab den Weg gefunden. Aber da ich jetzt so lange gebraucht habe, müssen wir jetzt Pause machen. Und beim nächsten Mal wird er gehen. Aber vielen Dank fürs Zuschauen. Ich muss jetzt aber leider wegkommen. Was dann? Das ist erledigt. Also tschüssi! Bis zum nächsten Mal.